Hallo, ich bin's, der Markus unter der Vermeulenstern. Ich trete für NEOS Kärnten bei der Landtagswahl an als Spitzenkandidat und ich werde versuchen, ein sehr guter Vertreter der Jugend und der Schülerinnen und Schüler zu sein. Denn ganz wichtig ist es, dass ihr, wenn ihr fertig seid mit der Schule und nach dem Studium, auch wieder gute Arbeitsbedingungen vorfindet und somit wieder in das Land zurückkommen könnt. Come back to Corinthia.